ich sag jetzt erstmal frohes neues ich hoffe ihr habt alle gut gefeiert gestern haben wir leider nicht filmen können weil ich da alleine das wohnzimmer weiß noch mal neue weiß gestrichen habe und heute 1 januar ja müssen wir auch noch mal was machen gucke ich mal eben weil heute filmt herr solvati nicht heute macht der der couch zusammen der baut der couch zusammen wie gut ne endlich macht er auch was hätte ich meine haben vernünftig gemacht ich bin nämlich aus dem verrückter professor aber du bist doch ein verrückter professor der couch zusammenbaut und guck was ich gestern gemacht habe alles weiß gemacht das sieht aber gut aus oder wir freuen uns und was machst du da ja wir freuen uns diese wunderschöne couch aufzubauen da freust du dich gar nicht aber und dann was ich dann gleich machen werde ich ich muss das badezimmer sauber machen weil so wie wir schon gesagt haben oder hast du es wieder fast zusammen gemacht hast du es wieder fast zusammen gebaut oh nein ich glaube ich glaube er kann das nicht so gut aber er versucht es zumindest hier hier war ja das hässliche badezimmer und das hässliche badezimmer werde ich sauber machen so dass wir das streichen können in schönes weiß genau und was ich auch noch machen muss sind kommen wir wieder mit in der alte wohnung oder im büro jetzt diese türen diese hier und diese hier die werden auch weiß gemacht weil wir sind jetzt gelb und das sieht nicht so gut aus so da sind wir wieder oder ich und es hat geklappt der couch steht der sieht aber wirklich gut aus und ist auch echt bequem warte so kann man sich hinlegen gut einklar es ist immer noch zack drei das hier ist die küche und die kommt morgen und ich muss das einfach nur dauer machen weil es ist dreckig dann ist das schon am schimpfen was ist los guck ich räume der kleideschrank ein ich habe ein bisschen zu viel klamotten so wie ihr seht mein schrank ist glaube ich zu klein das passt alles nicht rein ich möchte übrigens anmerken dass von sechs schubladen die in diesem schrank sind ich habe eine schublade eine einzige schublade ich hoffe das haben alle gehört eine schublade du hast gar keine schublade du hast jetzt schon vier ok eine nehme ich mir noch ja siehst du ja aber die karte steht schon und das bild hängt habt ihr das bild gesehen warte zeige ich euch mein amsterdam bild hängt guck das haben wir selbst gemacht warte haben wir das foto selber gemacht naja und das aufgehangen warte winky ha 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 ich kann nicht so gut fühlen aber die karte ist geil guck wuuu mit das bild und sascha baut die möbeln auf jo hallo klappt's ja klappt gut wie ihr seht habe ich heute schon wieder sehr sehr viel geschafft denn halben schrank habe ich schon fertig das hast du aber vorgestern gemacht dass das da Das habe ich nicht gemacht. Das war ein Jamal und Swag. Ja. Weil der kann doch nur filmen. Ja. Aber hier bin ich noch sehr stolz drauf. Und wenn wir mal was verstecken müssen, dann sage ich lieber nicht. Weil hier ist so ein Geheimfahrt. Wir gehen jetzt. Weißt du was? Tschüss. Wir gehen dich auch. Ciao.